Die Toilette ist... Gehen Sie geradeaus die Straße entlang. Entschuldigung, wie komme ich zur Post? Gehen Sie geradeaus die Straße entlang. Dann finden Sie die Post. Andere Ausdrücke. Gehen Sie geradeaus bis zur nächsten Kreuzung. Dann biegen Sie nach rechts ab. Gehen Sie zwei Straßen nach Norden. Dann biegen Sie nach links ab. Gehen Sie nach rechts. Gehen Sie nach rechts ab. Gehen Sie nach rechts ab. Ich liebe dich, ich liebe dich.